Ja, hallo, ich bin's wieder, die Jasmin von Covid19 Jazz und wen habe ich heute mit am Start? Ich habe heute eine absolute Sängerinnen-Ikone mit am Start, die in Mannheim schon mal jeder kennt und überregional auch schon fast alle. Silke Hauck. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, liebe Silke. Geht mal alle auf www.silkehauck.de www.silkehauck.de Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst über meine grandiose Sängerkollegin. Wir haben das erste Mal einen Gig zusammengespielt, 2006. Da war die Sängerin über Nacht erkrankt und Silke ist eingesprungen. Also morgens wirklich Anruf, Silke, du musst aushelfen. Zack, bam, da war sie dabei. Es war so cool und seitdem haben wir immer wieder zusammengespielt und ich bin total froh und glücklich, dass du heute mit dabei bist. Da habe ich ja nicht nur ein Sternchen mit dabei, da habe ich ja einen richtigen Star mit dabei. Heute. Und die Silke und ich, wir lieben ja auch die 80s, unter anderem. Und deswegen hat sich Silke einen absoluten Klassiker ausgesucht. Mal gucken, wie wir das zweistimmig, dreistimmig, fünfstimmig, zehnstimmig hinkriegen. Für euch. Okay, los geht's. Ich fang an, Silke. Ich geb dir einen Einsatz. Ich fang an, Silke. Everybody's looking for something different Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Yeah Sweet dreams are made of things Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something different That's fun Hold your hair up Moving on Keep your hair up 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und jetzt alle zusammen. Ich freue mich, dass du dabei warst. Der Oberknaller. Leute, wascht euch die Hände. Spendet, was das Zeug hält. Und genau, Plan the Curve. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.